Freistoß. Na schau. Pjanic nimmt Anlauf. Steffen steht als zweiter Pfosten quasi neben Sommer, aber hey, nichts zu halten. Was für ein Freistoß-Tor. Klasse. Pjanic 2 zu 0, Bosnien-Herzegowina. Vorhin haben wir Sommer gelobt, jetzt müssen wir genau hinschauen. Eigentlich musst du den halten in der Torrat-Ecke, aber gab es da überhaupt was zu halten bei diesem Ball? Pjanic, kleines Anläufchen war das. Vier Schritte Klasse gemacht. Hier noch einmal. Den muss er halten, der sieht ihn womöglich sehr, sehr spät. Kommt in die Torwart, der hat hervorragend geschossen, das kann man ja auch mal festhalten. Hier, Pjanic zirkelt den Ball ins Tor. Das ist kein Zufall, das ist geübt, das ist der Können, auch wenn der Sommer nicht allzu gut aussieht.